Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen heute ein wirklich richtig richtig doll lustiges Baubattle. Wir haben nämlich zwei Seiten, einmal hier meine Seite und einmal hier deine Seite. Und wir haben zwei richtig doll coole Kanonen. Du hast einmal hier eine Kanone auf deiner Seite und ich habe hier auf meiner Seite auch eine Kanone. Und die Kanone kann einfach richtig doll coole Häuser bauen. Das ist so nice. Und wir haben hier ein kleines Spencer, wo einmal eine Kohle drin ist und ein Diamant. Und wir werden abwechselnd hier drauf drücken und da kommt entweder die Kohle raus oder der Diamant. Das wird so nice. Und da können wir hier auf der Kanone entweder hier den Kohleblock drücken oder den Diamantblock. Und dann wird entweder ein Noobhaus oder ein Browhaus gebaut. Das wird so nice. Oh, stimmt. Vor allem, ich werde überall Brow bekommen und dann wird es richtig doll gut aussehen. Hey, Moment mal, ich werde überall Brow bekommen. Das wird so cool. Und die Häuschen sind richtig doll cool aufgeteilt. Es geht erstmal um den Poolbereich. Das heißt, wir beide drücken hier den Knopf und dann kriege ich entweder den Noobpool oder du bekommst den Noobpool. Und dann werden unsere Häuschen mit den Kanonen gebaut. Das wird so cool. Und am Ende werden unsere Häuschen wirklich richtig doll lustig aussehen. Oh, so nice. Und schau mal, Karte. Hier haben wir auch wieder einen Noobbereich und einen Browbereich. Hier haben wir wirklich richtig doll schöne Einrichtungen drin. Und hier ist die Noob-Einrichtung. Das wird so lustig. Hoffentlich bekomme ich die Brow-Einrichtung. Ach, Mann. Okay, Moment mal, Karte. Beim ersten Mal geht es darum, wer den besten Pool bekommt. Das heißt, entweder bekommst du den Browpool oder ich bekomme den Browpool. Und der andere bekommt dann natürlich den Noobpool. Das wird so nice. Okay, willst du zuerst drücken? Ja. Ich drücke zuerst. Und Moment mal, bitte, bitte, bitte. Und? Du bekommst die Kohle. Oh, wie cool ist das denn? Das bedeutet, ich kriege den Browpool und du bekommst den Noobpool. Okay, warte mal, Karte. Jetzt kannst du hier zu deiner Kanone hingehen und auf die Kohle klicken. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Oh, Moment mal, was ist denn hier los, Karte? Schau dir das mal an. Der Noobpool sieht ja richtig, richtig so lustig aus. Ach, Mann. Das ist ja ein richtiges Schlammbag. Oh, das stimmt. Das sieht wirklich richtig so lustig aus. Man kann ja noch nicht mal drin tauchen. Ach, Mann. Und Moment mal, Karte. Ich kriege den Browpool. Das ist so nice. Okay, dann gehe ich hier auf jeden Fall zu meiner Kanone. Und bitte den Browpool. Und zack. Oh, wie cool. Schau mal, Karte. Ja, Moment mal. Mein Browpool sieht richtig, richtig doll schön aus hier mit dem Quarz. Und ja, da kann man auch richtig doll schön drin schwimmen. Und ich bin richtig doll gespannt, wie das Häuschen weiter aufgebaut wird. Das wird so cool tatsächlich. Okay, Moment mal, Karte. Jetzt geht es um die erste Etage. Da bin ich richtig doll gespannt, ob ich die Noob-erste Etage bekomme oder die Bro-erste Etage. Und Moment mal. Jetzt bin ich dran mit Klicken. Und los, los. Und Moment mal, Karte. Bist du bereit? Ja, klar. Und zack. Und nein. Ich bekomme die Kohle. Oh, was ist denn hier los insgesamt? Das ist ja richtig doll mies und fies. Okay, Moment mal. Das bedeutet, ich muss hier wieder zu meiner Kanone hingehen. Und ich muss hier auf die Kohle klicken. Und zack. Moment mal. Was ist denn hier los? Oh nein. Schaut dir das mal an, Katja. Meine erste Etage ist einfach die Noob-Etage. Und hier ist alles aus Erde. Und hier sind überall Schminnweben. Das ist ja richtig doll lustig. Ich habe ein Bro-Pool. Aber meine erste Etage ist noobig. Ach, Mann. So doll lustig. Und Moment mal. Du bekommst mir die Bro-erste Etage. Das ist ja so nice tatsächlich. Oh, das wird cool. Okay, bist du bereit? Oh, ja. Auf die Plätze, fertig. Und los. Oh, wie cool ist das denn? Bro-Etage. Wir sehen wirklich richtig doll schön aus. Mit dem ganzen Quarz hier überall. Das ist so lustig. Du hast einen Noob-Pool und eine Bro-erste Etage. Und ich habe einen Bro-Pool und eine Noob-erste Etage. Unsere beiden Häuschen sehen wirklich so, so, so lustig aus. Ach, Mann. Oh, das hat richtig doll gut. Unsere Kanonen bauen wirklich richtig lustige Häuser. Okay, Moment mal, Katja. Jetzt geht es um die zweite Etage. Oh, das wird nice. Und du bist dran. Ich darf drücken. So, warte mal. Es entscheidet sich jetzt für mich. Und bitte Diamant, bitte Diamant. Bitte Kohl und... Nein. Was ist denn hier los? Das ist richtig doll mies und fies. Du bekommst den Diamant und ich bekomme die Kohle und das Noob-Haus. Ach, Mann. Okay, Katja. Du kannst jetzt auf jeden Fall bei deiner Kanone auf den Diamant klicken und du bekommst das Bro-Haus. Das ist ja so cool. Und zack. Oh, wie schön. Moment mal. Oh, ich habe voll gewonnen mit meinen Diamanten hier. Das sieht so schön tatsächlich aus, dein kleines Bro-Häuschen. Wie cool ist das denn? Moment mal. Du hast zwar den Noob-Pool, aber dafür ist deine erste Etage. Na, richtig doll, Bro. Und deine zweite Etage ist auch Bro. Oh, wie cool ist das denn? Mir gefällt dein Häuschen richtig, richtig doll gut. Und Moment mal. Ich bekomme einfach das Noob-Häuschen. Ach, Mann. Okay. Dann klicke ich hier auf die Kohle. Und zack. Oh, wie cool ist das denn? Moment mal. Ich habe hier einfach ein Bro-Pool. Aber meine erste Etage ist ein Noob-Häuschen. Und meine zweite Etage ist auch ein Noob-Häuschen. Und was ist denn hier los, Katja? Das ist eine unfaire Sache hier insgesamt. Ich meine, dein Häuschen sieht schon wirklich richtig doll schön aus. Und meins ist einfach richtig doll noobig hier insgesamt. Ach, Mann. Dafür hast du einen nice Pool. Und ich finde gar nicht mal, dass es so schlecht aussieht. Also bis jetzt hat es noch sehr viel Charme. Oh, sehr lustig tatsächlich. Und Moment mal, Katja. Jetzt kann ich hier wieder auf den Knopf drücken. Und es geht jetzt um die dritte Etage. Da bin ich jetzt richtig doll gespannt. Okay, bist du bereit? Ja. Bitte, Bro. Bitte, Bro. Und Bro-Häuschen, bitte schön. Tatsächlich. Ich habe den Diamant. Oh, wie cool ist das denn, Katja? Moment mal. Das heißt, ich kann bei meiner Kanone hier auf den Diamant klicken. Und zack. Und ich habe das Bro-Häuschen in der dritten Etage. Und schau dir mal das Haus hier an, Katja. Moment mal. Ich habe ein Bro-Pool, die Noob-Erste-Etage, die Noob-Zweite-Etage und die Bro-Dritte-Etage. Oh, wie cool ist das denn? Dann kann man hier auf jeden Fall nach oben laufen. So und so. Und guck mal. Ich habe hier einen kleinen Balkon. Das sieht ja wirklich richtig doll lustig aus, tatsächlich. Das ist voll cool. Warte mal. Ich will das mal von außen mehr ansehen. Aber das ist voll süß und oh nee, epic. Jetzt habe ich die dritte Etage und die ist noobisch. Oh, das ist ja so lustig. Okay, du kannst auf den Kohleblock drücken. Und zack. Oh, und schau mal. Oh, das sieht jetzt gar nicht mehr gut aus, epic. Och, epic. Was ist denn hier los? Das ist so lustig. Du hast einfach als dritte Etage das Noob-Haus. Oh, das ist ja so, so, so nice. Moment mal. Dann geht es hier nach oben. Und du hast hier einfach ein kleines Erdhaus nochmal oben drauf. Das ist ja wirklich richtig, richtig doll cool. Moment mal. Unsere beiden Häuschen sehen wirklich so, so, so nice aus, tatsächlich. Ich habe einen Bro-Pool und du hast einen Noob-Pool. Dafür hast du auf der zweiten Etage ein richtig doll cooles Bro-Häuschen. Und ich habe auf der dritten Etage ein richtig doll cooles Bro-Häuschen. Das sieht wirklich so, so, so nice aus. Und schau mal, Kater. Wir haben hier noch die Bro-Einrichtung und die Noob-Einrichtung. Und hoffentlich bekomme ich die Bro-Einrichtung für mein Häuschen. Das wäre richtig doll nice. Okay. Willst du klicken? Ich klicke. Und ja, du bekommst die Noob-Einrichtung. Das bedeutet, ich bekomme hier die Bro-Einrichtung. Oh, das ist so cool. Hier gibt es wirklich richtig doll schöne Sachen. Und warte mal. Du hast hier wirklich richtig viele Noob-Blöcke zum Einrichten. Ach, Mann. Okay. Dann hole ich mir auf jeden Fall die ganzen Blöcke raus und kann, naja, mein Häuschen wirklich richtig, richtig doll schön einrichten. Und ich bin wirklich richtig doll gespannt, Kater, wie du deine Häuschen einrichtest. Hey, was ist denn hier los? Das halte ich davon. Gerade der Duquatschmacher. Dein Haus sieht viel größer aus als meins. Weißt du das eigentlich? Okay, Moment mal, Kater. Dann würde ich sagen, ich richte hier das richtig doll schöne Häuschen ein. Dann würde ich sagen, ich gehe hier oben hin. Hier oben kommt auf jeden Fall das Schlafzimmer hin. Kommt hier ein Bettchen hin und hier. Und ich bin wirklich richtig doll gespannt, Kater, wie du dein Häuschen einrichtest. Oh, das ist ja wirklich richtig, richtig doll lustig. Meinst du, das wird irgendwie komisch aus? Ich habe voll die doofen Blöcke bekommen, Epic. Das ist voll ungerecht. Ach, Mann. Du hast die Noob-Einrichtung bekommen. Oh, das wird richtig doll lustig. Oh, und Moment mal. Ich habe mein Häuschen jetzt wirklich richtig, richtig doll schön mit dem Bro-Möbel eingerichtet. Hier auf der Veranda hat man ein paar Blümchen und einen kleinen Sitz insgesamt. Da geht es hier rein in mein kleines Häuschen. Da gibt es hier ein Sofa und auch ein paar Bücherregale mit einem kleinen Kaktus. Vielleicht kann man hier nach oben gehen. Oh, das sieht so doll schön aus. Da sind hier meine zwei Bettchen. Und hier auf meinem Balkon ist noch eine kleine Liege. Oh, wie cool ist das denn? Und Moment mal, Kater, ich komme zu dir rüber. Ich bin richtig doll gespannt, wie du dein kleines Häuschen mit deinen Noob-Blocken eingerichtet hast. Und Moment mal, was ist denn hier los? Hier sind ganz viele Spinnenbeben. Komm mit, mein Häuslein ist ein bisschen komisch. Hallöchen. Und oh, das sieht ja so lustig aus, Kater. Guck mal, das ist mein Schlafzimmer und ich habe hier ganz viel Seetang. Moment mal. Und Fensterfackeln, oh Mann. Und oben sieht es nicht besser aus. Okay, warte mal, da geht es hier nach oben. Oh, das sieht richtig doll lustig aus. Moment mal. Ich finde, das hast du richtig doll süß mit den Noob-Blocken eingerichtet. Hier mit dem kleinen Amboss als Tisch. Mit der kleinen Sitzecke hier noch. Oh, das sieht richtig, richtig doll lustig aus. Und dein Bett mit den Daylight-Sensoren sieht auch wirklich richtig doll cool aus. Ach Mann. Und mit den ganzen Fackeln. Und Moment mal, Kater. Ein kleines Häuschen sehen. Oh, ja. Okay, warte schon mal. Dann geht es hier rüber. So zeigt der Daylight-Zack. Hier habe ich die kleine Veranda. Dann geht es hier rein mit dem Bücherregal und dem Sofa. Oh, wie schön. Du hast ja ein Riesensofa. Meins ist dagegen richtig doll klein. Oh, danke schön. Und schau mal, hier oben ist mein Schlafzimmer. Und ich habe hier auch einen kleinen Balkon insgesamt. Oh, mit dem Liegestuhl. Wie schön ist das denn? Oh, ja. So nice. Moment mal. Das war wirklich richtig, richtig doll lustig, Kater. Unsere Häuschen sehen wirklich so cool aus. Du hast hier ein kleines Snoop-Häuschen und auch ein Bro-Häuschen. Und ich auch. Das war richtig, richtig doll lustig. Oh, stimmt. Und vor allem das Ziehen hat richtig doll viel Spaß gemacht. Oh, ja. So cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017